Hallo und herzlich willkommen bei der 24. LinkedIn Show mit Datenschmutz. Freue mich, dass ihr dabei seid. Ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast, ich habe mich schon lange gefreut auf dieses Gespräch, Britta Behrens, die Marketingleiterin von PIVIC Pro und sehr, sehr gefragte Keynote-Speakerin und Vortragende wird aus dem Nähkästchen plaudern bzw. sehr tief in die Trickkiste greifen und einige ganz, ganz essentielle Dinge zum Thema Social Selling und Umgang mit LinkedIn erzählen. Wir wollen ja alle keine, Britta hat diesen Hashtag bzw. diesen Begriff erfunden, keine Sales Pfosten sein. Ich hatte vorige Woche eine sehr, sehr spannende Unterhaltung. Ich werde in einigen Wochen bei einer Online-Konferenz einen Vortrag, einen Webinar anbieten, werdet ihr später dann auch am Blog finden zu dem Thema, wie man mit LinkedIn garantiert keinen Erfolg hat, also wie macht man so ziemlich alles falsch, was man nur überhaupt falsch machen kann. Und damit zurück zu diesem Gespräch, ich, also besagte Dame, wollte mir irgendeinen Contract für einen Cloud-Blockchain-Mining-Service verkaufen. What could possibly go wrong? Und ich habe mich dann ein bisschen gespielt und sie war sozusagen die maximal aggressivste Verkäuferin, die man sich vorstellen kann, und sie mir zehnmal gesagt hat, ich will nicht. Da liegt es daran, dass ich mich mit Blockchain nicht auskenne. Wir haben dann lang hin und her geschrieben und langen Rede, kurzer Sinn, ich werde dieses schöne Gespräch dann auch als Lehrbeispiel herzeigen. Also, wie vermeidet man es, ein Sales Pfosten zu werden, beziehungsweise mit der Tür ins Haus zu fallen, indem man sich über seine Kunden informiert, indem man sich selber auch richtig positioniert und genau darüber werden Britta und ich uns heute unterhalten in der Sendung. Ja, außerdem gibt es eine neue Publik, und zwar Frag den Richi. Ihr könnt mir natürlich jederzeit Fragen stellen, ich werde sie, so gut es auch geht, hier mit einem Live-Chat in der Sendung beantworten, aber für Frag den Richi werde ich auch bis nächste Woche ein Kontaktformular bereitstellen, wo ihr auch anonym Fragen stellen könnt, alles, was ihr über LinkedIn wissen möchte, vielleicht auch interne Troubles, Umgang im Unternehmen, irgendwelche Fragen, möglicherweise auch Dinge, die man nicht öffentlich, beziehungsweise nicht mit Namen fragen möchte. Wenn das kein Thema ist, dann nenne ich euch auch gerne in der Sendung und ihr könnt natürlich jederzeit eine Direct Message schicken. Und damit auch gleich zur ersten Frage, die habe ich interessanterweise in dieser Woche gleich dreimal in leicht veränderter Form gestellt bekommen. Und zwar, es war ja eine recht intensive Woche, ich war am Montag und am Dienstag in Graz, hatte dort drei Workshops in den zwei Tagen, hatte gestern einen achtstündigen LinkedIn-Workshop, heute die vorletzte Social-Media-Vorlesung am Vormittag. Und ja, da kam es bei wehren Gelegenheiten zu der Frage von Workshop-Teilnehmern. Und das ist das erste Thema in Rubrik Frag den Ritschi. Ja, genau. Wann arbeitest du eigentlich? Und zwar überhaupt nicht abwertend oder negativ gemeint, im Sinne von, du hängst ja den ganzen Tag schon wieder nur mit deinen Hunden am Donaukanal rum, sondern die haben sich eben gewundert und gemeint, ich poste so viel auf LinkedIn, ich betreibe das Blog und so weiter. Wann bleibt da eigentlich noch Zeit zum Arbeiten? Und ja, die Sache ist die, natürlich, wenn man selbstständig ist, dann muss man sich in jedem Fall überlegen, wie man sich seine Ressourcen einteilt, vor allem auch die Zeitressourcen. Und ich glaube, ich habe schon öfter erwähnt an dieser Stelle, ich halte mich nicht für einen guten Verkäufer in dem Sinn, dass ich irgendeine Kaltakquise machen würde, ein Unternehmen von mir aus kontaktieren. Nein, früher war in erster Linie mein Blog und natürlich Empfehlungen, meine Akquisequelle sozusagen. Und inzwischen spielt da LinkedIn auch eine Riesenrolle. Das heißt, wenn man so will, diese Aktivitäten sind eine Mischung aus Research and Development und natürlich auch Vertrieb und Marketing und Werbung in eigener Sache. Das heißt, es ist eigentlich schon ganz schön viel, was man als EPU auch tun muss und das konzentriert sich bei mir naturgemäß auf diese Online-Bereiche. Was dann allerdings auch zu der pragmatischen Frage führt, die wir natürlich auch in einem Workshop sehr oft diskutieren. Ich habe es auch hier in der Sendung bereits mehrmals angesprochen, wie viel Zeit braucht man für LinkedIn. Ganz zentrales Thema. Meine Meinung dazu, wenn man wirklich konkrete Ergebnisse nach drei bis sechs Monaten erreichen möchte, ist eine Stunde am Tag eine ganz, ganz hervorragende Idee. Da geht es ja nicht nur darum, schnell mal ein Status-Update zu posten, sondern um viel, viel mehr und letztendlich auch darum, die notwendigen Fähigkeiten zu lernen, die man braucht. Stichwort Bildbearbeitung, Videoschnitt. Da muss man kein Profi sein, man braucht keine Ausbildung, aber man sollte eben in der Lage sein, diese Dinge selber zu machen. Es braucht Zeit, das zu lernen. Kommt das Wording dazu? Also wie gesagt, einerseits das Handwerk und auch die Erfahrungen, die man sammelt. Das braucht eben schon seine Zeit. Bei mir verhält sich die Sache naturgemäß etwas anders. Als LinkedIn-Berater verbringe ich, wenn ich jetzt wirklich die reine Zeit rechne, dann wäre das immens viel, weil ich natürlich bei einem großen Teil meiner Workshops auch auf LinkedIn eingeloggt bin und sozusagen auf der Plattform arbeite bzw. Funktionen eben live herzeige und erläutere. Dann gibt es noch die verschiedenen Aktionen, die wir gemeinsam machen. On Point ist die erste Runde gerade noch nicht ganz abgeschlossen. Es gibt nächste Woche noch unser Video Review. Das zählt natürlich auch dazu, die eigenen Postings, die ich mache mit den Workshops. Ich weiß nicht, wie viele Stunden das am Tag sind, aber ich bin mir nicht so sicher, ob man da wirklich quasi die Postings oder die Arbeit trennen kann. Natürlich, in manchen Wochen sind mehr Kundentermine angesagt und in anderen Wochen bleibt eben mehr Zeit auch für die persönlichen Projekte. Aber es ist definitiv nicht so, die Vermutung kam nämlich auch, dass ich dann halt das oft zwischendurch mache und gerade zwischen Terminen schnell mal was poste. Nee, 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 nicht so mein Ding. Ich bin auch nicht aus der Handy-Generation und tue mir wirklich schwer mit Bildbearbeitung am Telefon. Das geht natürlich schon, aber wenn man gewöhnt ist, Logos Pixel genau zu platzieren und so weiter. Also mit anderen Worten, LinkedIn nimmt sicherlich einen beträchtlichen Teil meiner Arbeitswoche ein, aber es erfüllt eben auch eine ganze Menge Funktionen und ja, wie gesagt, ich drucke keine Flyer, keine Visitenkarten und vielleicht beantworte das die Frage, wann ich eigentlich arbeite und eigentlich immer, wenn ich nicht gerade mit meinen Hündinnen am Donaukanal herumhänge. Herzlich willkommen an alle neuen Zuseher. Ich schaue nochmal schnell bei den Kommentaren rein, ob es irgendwelche Fragen gibt. Beängstigend leer heute der Kommentar-Thread. Ich freue mich sehr, wenn ihr irgendwas wissen möchtet oder sagt einfach Hallo. Bin dabei. Freut man sich natürlich immer sehr über Rückmeldungen und ansonsten kommen wir zum versprochenen Highlight der heutigen Sendung, nämlich meinem Gespräch mit Britta zum Thema Social Selling auf LinkedIn. Gut aufpassen, mitschreiben ist nicht notwendig. Ihr könnt natürlich auch im Nachhinein wie gewohnt die gesamte Sendung jederzeit im Archiv abrufen, sowohl auf LinkedIn als auch auf meinem Blog. Viel Vergnügen mit unserem Gespräch. Liebe Britta, herzlich willkommen in der LinkedIn-Show. Ich freue mich sehr, dass wir heute plaudern können. Online und auf LinkedIn haben wir schon das eine oder öfter oder andere Mal miteinander diskutiert. Vielleicht erzählst du mal, aus welcher Ecke du kommst, wie dein Werdegang ist und wie du dann in der Webbranche beziehungsweise im Marketing bei ViviC Pro gelandet bist. Ja, sehr gerne, Ritschi. Ja, auch erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass wir uns jetzt mal zwar immer noch digital, aber jetzt face-to-face sehen und uns ja auch bald in Österreich, in Wien kennenlernen. Aber jetzt erstmal zu meiner persönlichen Vorstellung. Ja, mein Name ist Britta Behrens. Ich bin Marketingmanagerin bei ViviC Pro und dort verantwortlich für den deutschsprachigen Raum. Mein Werdegang war, ich habe an der Universität Trier Medienwissenschaften und BWL Schwerpunkt Marketing, B2B Marketing studiert, habe dann sieben Jahre lang bei dem führenden IT-Fachbuchverlag Galileo Press, der jetzt mittlerweile Rheinwerk Verlag heißt, die komplette IT-Büchersparte vermarktet. Habe da online, digitale Kommunikation im E-Commerce-Bereich, den Amazon-Shop betreut, die Webseite und habe auch dort Public Relations gemacht, sodass ich so ein bisschen Marketingmädchen für alles war. Und da in dem Bereich damals haben wir halt auch den Online-Marketing-Buchbereich weiterentwickelt, Suchmaschinenoptimierung, AdWords, Analytics, den ganzen Kram, sodass ich quasi learning by doing reingestiegen bin und halt immer mehr Fuß ins Online-Marketing gefasst habe. Habe mich mit den Büchern halt selber aufgeschlaut, habe mich dann vertieft, dann halt auch in unsere AdWords- und Analytics-Sparte, sowohl Google Analytics als auch Matomo, das Web-Analytics-Tool, das Open Source, was halt damals PIVIC-Keys eingesetzt und ja, bin immer weiter in den Online-Marketing-Kosmos eingestiegen und nach sieben Jahren wollte ich mich halt verändern und so richtig in die Digitalbranche einsteigen und gerade ein Jahr zuvor hatte halt PIVIC Pro ein Office in Köln aufgemacht und hat halt dann einen verantwortlichen Marketingmanager für den Dachraum gesucht und ja, diese Chance habe ich dann ergriffen und arbeite jetzt in der Digitalbranche, in der Analytics-Branche und bin halt hier verantwortlich für die komplette Content-Strategie bei PIVIC Pro so, dass wir halt sehr, sehr hohe Sachen im Bereich Content-Marketing einsetzen im B2B und da LinkedIn halt auch eine sehr, sehr wichtige Plattform ist. Aber es ist auch interessant, gewisse Parallelen, so ein Kollege in Medienwissenschaftlerin und BWL, da hat man ja angeblich auch ein wenig mit Zahlen zu tun, aber sozusagen auch die beiden Seiten Content auf der einen Seite und Zahlen auf der anderen Seite. Genau, also Kommunikation und natürlich harte Wettbewerbsanalyse, Wirtschaftsanalyse, so die Kombination, weil ich halt auf der einen Seite, ich liebe Networking, ich liebe Kommunikation, deswegen so vom Sprachlichen her, deswegen auch schlägt mein Herz halt total für Content-Strategie und Content-Marketing, die Leute halt wirklich mit gutem Wissen und Know-how zu überzeugen und nicht halt nur platte Werbung und Advertising zu machen und Werbebotschaften irgendwie in den Markt zu drücken und gleichzeitig aber auch halt diese komplette wirtschaftliche, strategische Sicht zu sehen, welche Produktentwicklung, was funktioniert gut, an welchen Services müssen wir arbeiten, was kostet denn überhaupt so ein Service und wie können wir unsere Produkte halt dann auch verbessern. Und da ist es halt super hilfreich, um nicht zu sagen überlebenswichtig, um tatsächlich viable Business-Modelle oder nachhaltige Business-Modelle zu bauen, dass man eben nicht nur Ahnung von Content hat, sondern auch von den Zahlen oder speziell von Analytics, weil dann sieht man ja auch, was von dem, was man tut, funktioniert und was eben weniger gut funktioniert. Genau, also ein ganz, ganz wichtiges Stichwort ist halt Content-Performance-Tracking, dass wir halt wirklich auch darauf achten, was nützen unsere Kommunikationsmaßnahmen, was kommt denn über unser Inbound-Marketing halt dann wirklich rein. Wir haben halt einen sehr gut laufenden Corporate-Blog, wo wir halt verschiedene Themen aus dem Analytics-Bereich oder halt auch, weil wir halt als europäisches Analytics-Unternehmen natürlich darauf achten, dass das halt auch alles datenschutzkonform ist. DSGVO, 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 das alte Liedchen. Die ganzen Cookie-Sachen, aber da versuchen wir halt den Leuten auch die Angst zu nehmen, dass halt Datenschutz halt nicht ein kompletter Blockout, eine Sperre ist, sondern dass man halt Analytics und auch Marketing und Advertising im Einklang mit den Datenschutzrichtlinien und Regeln halt dann auch spielen kann. Und wir halt natürlich auch unsere Tools in der Innsicht halt dann weiterentwickeln, um vernünftig halt weiter gute Zahlen zu haben, messen zu können und halt dann auch wirklich personalisierte Advertising-Kampagnen fahren zu können, weil mich und ich kotzt das mit Sicherheit auch an, wenn ich Sachen vor die Nase gehalten bekomme, wo ich überhaupt keine Zielgruppe bin. Also daher versuche ich auch immer den Datenschützern halt dann auch zu erklären, dass es schon wichtig ist, dass wir Daten zur Verfügung haben, um eben nicht Leute zu belästigen und wieder auf dieses Gießkarren-Prinzip zurückfallen zu müssen, sondern dass wir halt wirklich dedizierte Kampagnen fahren können, genau wissen, die Leute waren jetzt im Bereich Consent-Management-System, die wollen jetzt einen Consent-Manager haben und die brauche ich jetzt noch nicht irgendwie mit anderen Sachen irgendwie denen vor die Nase herumwedeln zu müssen. und dass es aber enorm wichtig ist, dass wir Marketer letztendlich auch, da ist auch häufig das Problem, wir haben jede Menge Daten zur Verfügung, wir nutzen sie aber nicht zielgerichtet und zielorientiert, sodass es halt dann doch irgendwie so Halbgießkampagnen häufig gibt, weil manche Leute meinen, ah und dann nehme ich noch die Leute, die auf der Webseite von mir waren und die, die sich das Angebot angeschaut haben, die könnten ja vielleicht irgendwann dann doch noch zum Käufer von Produkt XY werden, sodass man das halt wieder ein bisschen ad absurdum fährt. Deswegen halt wollen wir halt so zeigen, wie man halt gutes Marketing personalisiert machen kann mit guter Datenanalyse und gleichzeitig aber halt dann auch sagen kann, geht bitte sehr bewusst mit den Daten eurer Kunden um, weil das sind halt nicht nur Nummern von Nullen und Einsen, sondern das sind wirklich Menschen und wir wollen halt dann auch vernünftig behandelt werden und vernünftige Informationen bekommen und dass man halt da wirklich so ein bisschen sensibilisiert. Und das ist ja wirklich, da schlagen sozusagen in meiner Brust auch zwei Seelen, einmal als Webmaster und Marketer und einmal als jemand, das ist ja schon lange mit dem Thema Datenschutz befasst. Ich habe in Österreich den ersten Big Brother Awards mit organisiert, hat nichts mit dem RTL-Format zu tun, sondern es gibt immer noch so einen Negativpreis für Personen, Politiker, Unternehmen, die sich besonders um quasi Missachtung des Datenschutzes verdient machen, unter Anführungszeichen. Das Thema ist mir definitiv auch sehr wichtig und ich beobachte das auch immer und jetzt mit den Änderungen beispielsweise bei den Cookies, mit der Unterscheidung in die Side-on-Cookies, in die Analytics- und in die Marketing-Cookies. Das ist ja sozusagen ein blühender Markt für Dark Patterns, kommt mir fast vor. Aber wenn man sich überlegt oder wenn man sich anschaut, wie viel Mühe es sich da Leute geben, um Cookie-Consent-Windows zu bauen, die DSGVO-konform sind, weil sie nicht vorangehackt sind, aber den Eindruck erwecken, man klickt auf OK und stimmt nur den Side-Eye in den Cookies zu. Genau. Aber dann in dem nächsten Moment wird sozusagen der Rest ausgegeben. Ich muss sagen, also der kleine Blackhead auf meiner Schulter sagt, fucking brilliant. Und ja, der Datenschützer sagt, das ist auch eine Art, die DSGVO auszuhebeln natürlich. Klar, es gibt es eine Frage, weil will man vollständige Daten haben? Also die Cookie-Banner ist das eine, das ist enorm wichtig. Das sollte auch in jedem beim Marketing so als AB-Test mittlerweile komplett für die Conversion-Optimierung, weil ich muss Conversion optimieren, um so viel wie möglich Einwilligungen natürlich zu bekommen. Ich soll den Leuten aber natürlich nicht vorgaukeln, wenn du jetzt hier OK drückst, dann nutze ich es nur für die Web-Analyse und nicht, ich nehme jetzt alles. Und bald siehst du dann den Remarketing-Banner auf jeder Seite, die du gerade woanders besuchst. Und du siehst mich noch auf Instagram und Facebook und LinkedIn und hast du nicht gesehen. Da muss man natürlich sehr aufpassen. Und das ist natürlich auch so ein Wirtschaftsethik-Thema. Ja, wie weit treibe ich das Spiel? Und ganz, ganz wichtig ist halt, man versucht es natürlich so zu optimieren, dass man natürlich das Ja, ich bin einverstanden für alles bekommt, aber wichtig halt auch transparent macht, sodass halt auch dieser Nein-Button, wenn man das halt nicht möchte, auch erreichbar und auch vor allem sichtbar ist. Da gibt es natürlich die schönsten Formen, dass halt das Nein irgendwo links in der Ecke in einem ganz kleinen Textlink, am besten irgendwie 4PT oder so, Schriftgröße erscheint und so. Ja, ich habe den doch darauf hingewiesen, er kann auch 9 sagen und das Ja ist halt dann in einem super Size-Button erkennbar. Es muss halt sehr ausgewogen sein. Also ich habe da schon eine Idee, ich werde einen Entwurf an die Europäische Kommission richten oder eine Bitte, dass man vielleicht in Zukunft verpflichtend überhaupt ein ganzseitiges Overlay vor dem Cookie-Banner macht. Das Overlay muss den Cookie-Banner erklären, vielleicht noch ein Banner vor dem Overlay und die amerikanischen Unternehmen lassen wir weiter 30-seitige AGBs machen, die niemand versteht und die man einfach abnägt. Aber Europa ist führend im Datenschutz, ist auch wichtig. Ich glaube, das Wichtigste daran ist, dass das Thema ins Bewusstsein rückt auch. Ja, und da kann man, da möchte man sich manchmal in seinem eigenen Mund übergeben, wenn man sich die praktischen Auswirkungen ansieht. Aber ja, wie gesagt, es ist sicherlich ein schmerzhafter Prozess. Irgendwer musste in ja beginnen. Ja, unser CEO, der Maciej Sawaczynski, hat jetzt gerade auch einen offenen Brief an die EU-Mitgliedstaaten, weil jetzt im Moment die E-Privacy-Verordnung, da wurde ja jetzt über zwei Jahre dran rumgefeilt und sollte eigentlich zur DSGVO ja schon erscheinen. Jetzt haben wir schon wieder zwei Jahre mehr. Die wurde auf Eis gelegt, weil jede Lobby-Gruppe, sei es wirklich sehr extremer Datenschutz oder sehr extremes Advertising, wie die Publishing, die Verlagswirtschaft, die natürlich total interessiert ist, weil jede Page-Impressions, die die natürlich bekommen, auf ihre Seite ist für die bares Geld wert. Und je mehr die Leute natürlich, je mehr die Verlage über die einzelnen User Bescheid wissen, was für Vorlieben die haben, desto besser können die halt personalisieren und desto teurer können die natürlich auch ihre Werbeplätze auf den Seiten verkaufen. Was aber dann die Folge hatte, dass dann ständig sämtliche neue Ausnahmen formuliert worden sind und man wirklich kein einheitliches System halt mehr in dieser E-Privacy-Verordnung hatte. Jetzt wird es halt wieder komplett zurückgerollt und muss wirklich komplett neu verfasst werden. Und da hat jetzt unser CEO halt jetzt einen offenen Brief unterschrieben mit zwölf anderen führenden Analytics- und Privacy-Unternehmen aus der Internetwirtschaft. Das hat Netzpolitik.org zum Beispiel auch jetzt aufgenommen und veröffentlicht. Da sind halt auch Anbieter wie User-Centrics dabei, wie AO, die mit Adblock Plus ja auch ein bisschen gegen die Verlagswirtschaft natürlich arbeitet beziehungsweise für den besseren Datenschutz und für die Privatsphäre natürlich kämpfen. Und da wurde halt dann ganz klar signalisiert, Leute, wir brauchen diesen Datenschutz. Wir dürfen halt nicht diesen US-amerikanischen oder chinesischen Weg, der ja auch noch krasser ist, gehen und alles überwachen und uns komplett durchanalysieren und personalisieren. Es muss schon das Okay des Nutzers sein, weil das ist immer noch ein Mensch, der hinter dem Bildschirm oder vor dem Smartphone sitzt. Und wir brauchen die Einwilligung dafür. Und wenn wir die Einwilligung haben, können wir wirklich ein gutes Marketing machen und die Leute informieren. Also bei mir geht es auch so, klar, ich bin Marketer und ich beobachte das natürlich auch aus der Fachbrille. Aber mir ist es halt auch tausendmal lieber, wenn mir wirklich die passenden Sachen auf den Seiten hinterher angeboten werden im richtigen Kontext zu meinen Interessen. Wie zum Beispiel, wenn ich in einem Golfshop war, dann werden mir natürlich zu meinem Hobby wieder Golfartikel angezeigt. Finde ich dann besser, als wenn mich dann plötzlich einer reinschmeißt und mir den neuen VW Golf zeigt und ich damit überhaupt keine Interesse und gar keine Vorliebe habe. Ihhh, Golf. Ja, das versteht du da, ja. Aber das ist jetzt noch ein sehr, sehr weiter Weg, auch alle Marketer davon zu überzeugen, dass so ein Cookie-Banner und so jetzt nicht der Todes- und Durchstoß ist, sondern da ist jedes Unternehmen, jeder Website-Betreiber, ja auch jeder Hobby-Website-Betreiber muss diesen Banner nutzen. Das heißt, das wird wie vorher, gab es ja auch schon diese ganzen Info-Cookie-Banner, die einfach nur sagen mussten, hey, wir nutzen jetzt deine Daten für Werbezwecke und für unsere Web-Analyse. Aber du kommst überall hin und alle werden automatisch immer diesen OK-Button suchen oder halt diesen Nein-Button, weil sie halt einfach auch genervt sind und das wird halt so ein Automatismus. Daher völlig okay. Bei dir muss ich ein bisschen widersprechen, da wäre ich auch nicht so der harte Datenschützer, da schlägt das Marketing-Herz schon noch größer, dass halt nicht, bevor man auf die Seite kommt, diesen fetten Overlay hat und gezeigt bekommt, weil der ja eigentlich eine ganz andere Intention hat. Der hat ja nicht die Intention, den Button wegzutricken oder sich über seine Datenschutz, den er eh schon jetzt 3000 Mal vorher gefragt worden ist auf allen Seiten, sondern er hat die User-Intention, was weiß ich, er sucht jetzt nach irgendwas auf Google und kommt auf den ersten, zweiten Treffer und klickt die Seite an. Dann will er ja das Erlebnis seines User-Intents haben und da ist es halt schon wichtig natürlich, dass eine Markenkommunikation stattfinden kann. Mir ist halt nur wichtig, dass dieser Banner halt nicht irgendwie mal schnell weggeklickt werden kann, sondern dass die Entscheidung stattfinden muss und die Leute aber auch gleichzeitig schon das Erlebnis bekommen, was sie eigentlich vorab erwartet haben und die Information bekommen, nach der sie auch dann gesucht haben. Ja, so wie du sagst, letztendlich ist es ja so, wenn die Rahmenbedingungen sind für alle gleich und wenn das zumindest adäquat umgesetzt wird und damit ist es auch vollkommen egal. Also wenn jetzt sozusagen für das gesamte europäische Internet sämtliche Tracking-Pixel und Analyse-Methoden verboten werden würden, dann müsste man halt wieder, ich weiß nicht, Counter nehmen oder Leute befragen, aber grundsätzlich die... Genau, und Log-File-Analyse und den ganzen Kram, also dann wird es wirklich hochtechnisch und dann ist es halt auch nicht mehr für alle anwendbar und dann gibt es den Spakat, dass halt die Konzerne natürlich nach vorne laufen, weil sie sich den Data-Scientisten, den Web-Analysten halt eine ganze Abteilung leisten können und in vielen kleinen Unternehmen, da macht das halt wirklich einer. Der ist verantwortlich fürs Online-Marketing, der betreut vielleicht zusammen noch mit der Agentur den AdWords-Account, macht aber auch gleichzeitig, schaut in die Web-Analyse-Daten rein und füttert dann halt wieder die Anzeigen-Kampagnen mit diesen Daten aus der Web-Analyse und wenn die natürlich gezwungen werden, da wirklich so einen High-End-Scheiß, sag ich jetzt mal, zu machen, dann wird die Schere da halt noch größer und die anderen Firmen sind halt dann wirklich data-driven und die kleineren werden halt abgehangen und das sollten wir auch auf jeden Fall vermeiden. Das ist eine Kehrseite, die auch wenigen Leuten klar ist beim Datenschutz sozusagen eine digitale Kluft, die sich eben daraus auch ergeben kann. Wenn man den Anforderungslevel so hoch legt, und es hat ja auch quasi mit dem Inkrafttreten der DSGVO gehabt, schon ein großes Blocksterben. Das waren jetzt nicht unbedingt die professionellsten, die regelmäßig betriebensten Blocker, aber sehr viele Leute, die gesagt haben, nein, der Aufwand oder das Risiko ist es mir so wichtig, ist es mir nicht. Und ja, aus Standpunkt der Medienvielfalt und Demokratie und so weiter natürlich nicht unbedingt. Da muss man sehr gut abwägen. Das ist ein schwieriges Gebiet wie so viele, aber Britta, lass uns von Daten, Datenschutz zu etwas Erfreulicherem kommen, zum Thema LinkedIn. Ich glaube, also euer Blog, das Bibik-Blog kenne ich sehr gut, das kann ich wirklich nur empfehlen, wirklich tolle, tolle In-Depth-Artikel. Ihr nutzt bei Bibik LinkedIn auch recht intensiv, glaube ich, oder? Ja, für uns ist das halt für unsere Content-Strategie enorm wichtig, LinkedIn als B2B-Umfeld halt zu nutzen. LinkedIn hat einfach den Vorteil, es ist ein Business-Network. Und da heißt es, die Leute, die da gerade live sind, die wollen sich zu ihren Themen informieren, die wollen sich austauschen, die wollen guten fachlichen Content sehen zu ihren Themen, die sie gerade interessieren, die sie tagtäglich auf dem Tisch haben. Und so können wir halt wirklich sehr konzentriert unseren Content halt dann dort spielen, unsere Themen spielen und werden jetzt nicht verwässert von Cat-Content und politischen Diskussionen, Naturschutzaktivisten oder rechtspopulistischen Parteien und konkurrieren dann nicht, wie wenn wir auf Facebook oder auf Facebook halt Sachen kommentieren oder publizieren, dann wird es halt ganz schwierig, diesen fachlichen Kontext und die Leute halt wirklich in dem Moment zu erwischen. So sind sie, also die meisten Leute sind halt doch eher privat auf Facebook, um zu flanieren und nutzen halt nicht so intensiv wie ich zum Beispiel noch Facebook-Fachgruppen, wo man sich auch noch eigentlich ganz gut austauschen kann. Also das ist auch nochmal ein ganz guter Punkt, sich fachlich auszutauschen. Aber auf LinkedIn weiß ich, da zählt nur Business und da wünscht man sich kein schönes Wochenende und frohe Ostern und schöne Weihnachten. Jetzt zum Happy New Year, das war nochmal, wo jeder so sein Jahr zurückreflektiert hat und aber halt das auch alles so im fachlichen Business-Kontext gemacht hat und halt nicht nur eine komische Grußformel halt gegeben hat und jetzt hätte ich gerne Likes und Kommentare und dann diese oberflächliche Kommunikation stattfindet. LinkedIn ist halt total super. Wir erreichen die Leute, die sich für Analytics und die Online-Marketing-Themen interessieren. Wir können unsere eigene Reputation da ideal aufbauen. Wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen jetzt auch über LinkedIn rein, die halt mehr dann über PIVIC Pro erfahren wollen. Was ist denn die Alternative? Was ist denn der Unterschied zu Google Analytics? Wie macht ihr das denn, dass ihr anonym, ohne Consent halt die Sachen weiter tracken könnt? Und wir versuchen halt bei PIVIC Pro halt dann auch da halt unsere Mitarbeiter zu motivieren. Wir haben halt im Dachbereich so als Testpilot halt angefangen, ich mit der Tatjana und dem Alexander Gulenz in vorderster Front da unseren Content zu spielen, unsere Profile halt zu nutzen, uns da zu etablieren und als Ansprechpartner bereitzustehen für alle. Und für uns ist es halt wichtig, dass wir da halt Themen, die Web-Analysten und Online-Marketer betreffen, zu thematisieren, die Leute aufzuklären und nicht in erster Linie zu sagen, ey, übrigens hier, wir haben einen neuen Release rausgebracht und das ist jetzt Funktion XYZ und ist total toll und meldet euch doch mal bei uns für eine Demo. So funktioniert LinkedIn einfach nicht. Wichtig ist, dass wir da halt eine große, enorme Sichtbarkeit erzielen und Aufmerksamkeit auf uns natürlich zielen, dass wir unsere Expertise schärfen und dann letztendlich die Leute, wenn sie den Bedarf haben, auf uns zukommen. Also klassisches Social Selling. Du bist sehr aktiv auf LinkedIn und auch bei den Diskussionen über LinkedIn. Du beteiligst dich an vielen Aktionen, so wie bei OnPoint, das heute gestartet ist. Und du hältst auch seit, glaube ich, einem Jahr ungefähr Vorträge über LinkedIn, über Social Selling, über Personal Branding. Denn wie siehst du die aktuelle Entwicklung oder anders gesagt, was muss man momentan als Person auf LinkedIn machen, um interessant zu sein, um die richtigen Kontakte zu finden? Ganz, ganz wichtig ist, dass ich erstmal mein Profil vernünftig umbaue. Häufig ist es Leute so, denen bewusst war, okay, LinkedIn ist so das internationale Netzwerk, das brauche ich jetzt nur, wenn ich im internationalen Kontext agiere, meine Firma im internationalen Kontext agiert. Im deutschsprachigen Raum war halt Xing und dann passiert es ganz viel, dass Leute sagen, so LinkedIn ist für mich gar nicht so wichtig, weil ich agiere nur im deutschsprachigen Markt. Okay, ich kopiere mal eben schnell meine paar Daten von Xing auf LinkedIn rüber und fange dann an, ein bisschen meine eigenen Postings zu machen und schicke Sachen raus, gehe aber nicht in die Kommunikation, weil ich denke ja, ich habe ja guten Content, den pushe ich jetzt einfach raus und dann schaue ich mal, was passiert. Ganz, ganz wichtig ist halt, das Profil zu optimieren, wirklich alle Funktionen, die da LinkedIn anbietet, halt einzusetzen, Rich-Media-Formate einzusetzen, dass es halt auch nicht nur eine Textwüste ist und sehr, sehr attraktiv wirkt. Ganz, ganz wichtig, erkenne ich immer häufiger, Leute sollten auch mal in die Privatsphäre-Einstellung, da sind wir schon wieder bei dem Thema Datenschutz und Privatsphäre. Viele haben da auch in den Einstellungen drin, dass nur ihre Erstkontakte ihr Foto sehen dürfen und ihren Nachnamen, sodass man dann irgendwie, wenn man mit mir, wenn ich das so eingestellt hätte, ein schwarzes, graues Icon von mir sehen wird, mit so einem schmalen, komischen Kopf, das hat immer das Gefühl, dass es eher wie ein Stempel aussieht, statt eigentlich einer visuellen Header und ich gleichzeitig dann Britta B. und dann agiere ich halt auf LinkedIn, kommentiere und keiner sieht meinen Kopf, keiner sieht meinen richtigen Namen, ich sehe eher aus wie so ein Opfer aus einer Bild-Zeitung, was noch nicht mit Namen genannt werden darf und der erste Eindruck ist halt dann komplett hinüber, auch wenn ich mich eigentlich schon entschieden habe, hey, ich sehe gute Fachbeiträge, ich will vielleicht noch nicht selber was posten, aber ich kommentiere mal, aber die Leute kriegen überhaupt nicht mit, wer derjenige ist und man läuft quasi mit einem Kommentar anonym durch LinkedIn. Da halt ganz wichtig, aktiviert das, dass eure Privatsphäre halt, dass alle euer Bild sehen dürfen. Der erste Eindruck zählt da enorm, dass ihr einen guten Slogan unter euren Namen gepackt habt und dass der halt dann auch Britta Behrens heißt und nicht Britta B. in den Einstellungen und dass das Profil, das ist auch sehr wichtig, in Suchmaschinen halt freigegeben wird. Dass wenn jemand auf Google zum Beispiel nach eurem Namen sucht, weil ihr von jemandem empfohlen wurdet, dass wenn der Name eingegeben wird, dann wird automatisch durch die Mega-Performance von LinkedIn halt euer LinkedIn-Profil auch unter anderem auf der ersten Seite erscheinen und das solltet ihr halt nicht mit den Einstellungen verhindern. Und ja, ganz wichtig halt, in die Sichtbarkeit kommen durch eigenen Content, aber auch nicht nur meinen, ich habe jetzt einen coolen Artikel bei uns im Corporate Blog geschrieben und dann teaser ich das Thema an und dann lasse ich es laufen, die sehen das ja und dann kommen die hoffentlich auch auf meine Webseite, sondern es geht darum, auf LinkedIn zu diesem Thema, was ihr dann da beschrieben habt, dort in die Kommunikation zu gehen, euch zu engagieren und halt dann die Leute, die halt dann auch nicht nur hoffen, dass die Leute kommentieren und ihr das einfach laufen lasst, sondern dass ihr wirklich, ich nenne das immer so Kommentar-Ping-Pong, dass ihr halt auch den Leuten, die kommentieren, Feedback gebt und da weiter ins Gespräch geht und da das honoriert LinkedIn halt auch, weil die natürlich sehr viele aktive User haben wollen auf der Plattform, die regelmäßig, täglich auf LinkedIn aktiv sind und wenn ihr dann wirklich unter euren Beiträgen kommentiert und die einzelnen Antworten halt dann auch wieder mit einem Kommentar verseht, dann wird euer Beitrag durch die Decke gehen, weil LinkedIn dann sieht, oh, da ist ein echtes Gespräch, eine echte Diskussion und nicht nur halt mal eben drei Bagatell-Kommentare und das war es dann schon wieder. Also wirklich in die Kommunikation gehen, den Content spielen und wirklich das Engagement rühren. Diese Tipps sind absolutes Gold wert. Trotzdem, wir haben das ja schon ähnlich fast von anderen Social Networks. Es gibt immer Leute, die glauben, sie können manipulieren, sie verwenden Engagement-Bots und kriegen viele Likes. Ich persönlich habe den Eindruck, dass LinkedIn seit, ich könnte jetzt keinen Zeitpunkt sagen, aber seit, oder es geht laufend in die Richtung, dass Likes immer mehr entwertet werden und Kommentare oder Gespräche, wie du sagst, noch mehr wert sind, waren ja bisher schon sehr wichtig. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das mit Engagement-Bots zu tun hat, weil sinnvolle Kommentare und Gespräche kriegt man da nicht raus, aber sehr leicht halt Likes von irgendwelchen Accounts. Und meiner Erfahrung nach, ich nutze LinkedIn jetzt doch schon ein Weilchen sehr intensiv, Algorithmus, nicht Algorithmus, aber die Leute, die ihn programmieren, die sind sehr smart und die tunen da immer sehr, sehr gut nach. Also das finde ich persönlich ausprobend spannend dran. Was siehst du? Wir haben jetzt ja nicht nur ein neues Jahr, sondern gleich ein neues Jahrzehnt, eine neue Dekade. Was siehst du in näherer Zukunft und in mittelfristiger Zukunft so für Trends und Entwicklungen auf LinkedIn? Erstmal eine negative Entwicklung. Man merkt es dadurch, dass du und ich ja auch wirklich sehr viel Werbung für LinkedIn machen, weil es halt wirklich sehr wertvoll für jeden Einzelnen von uns ist, da nach vorne zu kommen, dass je mehr Popularität LinkedIn bekommt, halt dann auch diese Oldschool-Vertriebler sich ein LinkedIn-Profil ziehen und halt mal nach der ersten Kontaktanfrage direkt einen Sales-Pitch, ohne dass man halt eine Beziehung aufgebaut hat oder denjenigen kennt und auch nicht das Unternehmen kennt, halt anfängt, direkt verkaufen zu wollen, dass dieses Missverständnis im Moment sehr, sehr stark verbreitet ist auf LinkedIn und man das ganz klar eindämmen muss. Und da rege ich auch jeden dazu an, demjenigen das auch quasi zu kommentieren, dass wenn man halt so eine belästigende Nachricht bekommen hat, dass man denjenigen darauf hinweist und sagt so, hier mit mir nicht und in mein Netzwerk kommst du auch definitiv nicht und lerne mal ein bisschen was über Social Selling und echtes Beziehungsmanagement, dass das enorm wichtig ist. Was bei LinkedIn halt so durch die Decke geht, sind Videos und das LinkedIn Live, was du ja auch schon sehr regelmäßig machst. Wann fängst du an? Ich fange bald auch an, ja. Ich habe auch schon 30 Seiten bekommen. Ich muss mich jetzt mit den technischen Gegebenheiten vorbereiten. Das ist natürlich nicht so fluffig einfach wie bei Facebook. Ich starte einfach die App und los, sondern muss mir da noch das Third-Party-Tool-Setup zusammenstellen. Da kannst du mir sicherlich auch behilflich sein, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber halt Video-Content enorm wichtig, was durch die Decke geht, ist halt, jeder muss auf sein Personal Branding achten. Jeder muss sich positionieren und ganz, ganz wichtig, dass man nicht zu sehr verwässert, dass man meint, ja, ich habe zu viel eine Meinung, also muss ich das auch auf LinkedIn präsentieren und sagen und mich überall einmischen, sondern dass man wirklich für sich festlegt, welche zwei, drei, vier Hauptthemen sind mir denn wirklich wichtig, wo will ich nach vorne gehen, wo will ich präsent sein und als Ansprechpartner fungieren, dass ich das halt wirklich aufbaue, um da in die bessere Sichtbarkeit zu kommen. Das ist halt ein enorm wichtiges Thema, was auf LinkedIn ist und dass ich halt, wie neben Videos, Textposts, Fotoposts, das Eventmanagement, das wird bei LinkedIn wahrscheinlich auch bald durch die Decke gehen, wenn sie denn mal endlich ein Ticketing haben. Das wird halt für Veranstalter im B2B-Bereich, die kleine Fachkonferenzen, Firmen, Events, Plan enorm wichtig sein, da halt dann auch über LinkedIn halt dann Werbemöglichkeiten zu nutzen. Das sehe ich in der Entwicklung und ganz, ganz stark ist halt wirklich das Content-Marketing. Also es wird immer noch nicht, also letztes Jahr war so der erste Schub, der kam, dass die Leute wissen, oh, das ist ja eine Kommunikationsplattform, das ist nicht ein digitaler Visitenkartenkasten und ich sammle jetzt Hunderte und Tausende neue Kontakte ein und irgendwann spreche ich die mal an, wenn ich sie irgendwie brauche und wenn ich halt natürlich 5000 Kontakte habe, weiß ich auch hinterher nicht mehr, wer wer ist und was er eigentlich hat. Deswegen ist es halt wichtig, einen qualitativen Netzwerkaufbau zu machen und halt wirklich mit Content-Marketing halt dann kleine Mini-Touchpoints regelmäßig, dass man immer wieder im Bewusstsein der Leute ist und wir haben das halt auch häufig, ich bin halt mit vielen Leuten vernetzt in meinem Online-Marketing-Bereich, wo ich weiß, die sind in der Google-Analytics-Welt, die werden da auch nie von weg und das ist auch alles in Ordnung, können sie machen, Google ist da nicht der Darth Vader überall, man kann es wirklich datenschutzkonform vernünftig einsetzen, aber ich habe dann mit denen halt sehr viel engen Kontakt und die haben aber halt dann auch Gespräche mit Leuten, wo die Unternehmen sagen, nee, nach Compliance-Sicht wollen wir nicht, dass die Daten im US-Server landen oder Google das für dritte Zwecke halt da noch einsetzt, dass ich dann genau bei diesen Gesprächen dann als der Experte dann empfohlen werde und dann den Connect zu uns halt dann kriege und da ist es halt wirklich wichtig, spielt regelmäßig euer Content-Marketing und vor allem ganz wichtig, Corporate Influencer wird da enorm wichtig. Die Company-Pages sind auf LinkedIn, kriegen nicht viel Reichweite, weil LinkedIn wirklich forciert, dass sich Menschen mit Menschen unterhalten und eben nicht, dass eine Marke mit seinen Fans, mit seinen Followern kommuniziert und man dann irgendwie, ich als Britta Behrens, einen Kommentar drunter schreibe und dann zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von HubSpot und deren Content-Marketing, Content-Strategie und daher sehe ich auch, weil ich da regelmäßig Content konsumiere, dann auch den einen oder anderen Company-Post, aber ich komme nie auf die Idee, da drunter zu kommentieren und ich erwarte dann auch nicht und das sieht auch nicht schön aus, wenn dann Britta Behrens was kommentiert und da drunter HubSpot antwortet irgendwas. Also das macht halt keinen Sinn. Man kann halt maximal vielleicht, wenn sich Firmen mit Firmen untereinander unterhalten und so, was weiß ich, ich habe jetzt mit PIVIC Pro und HubSpot irgendwie eine Kooperation, wir haben eine Case-Study veröffentlicht und dann veröffentlicht HubSpot unsere Case-Study und PIVIC Pro würde das dann jetzt beantworten, sodass Marken mit Marken kommunizieren können, aber ganz, ganz wichtig ist, dass die Mitarbeiter aus den Unternehmen auf LinkedIn ihre Expertise präsentieren, auch natürlich Unternehmens-Themen spielen, die dann eine Rolle spielen, aber halt immer aus der Perspektive des Mitarbeiters und deren Rolle. Also es würde bei mir jetzt komplett unglaubwürdig werden, wenn ich jetzt hochtechnische Details aus unserer Analytics-Suite irgendwie posten würde mit irgendwelchen SQL-PAP-technischen Sachen, wie irgendwas programmiert wurde oder so, weil das nimmt man mir einfach nicht ab. Das wäre halt dann einfach nur in meinen Account reingerotzt, weil wir jetzt irgendwie uns technisch präsentieren wollen. Da muss ich natürlich unseren Head of Product begeistern, dass der halt auf LinkedIn aktiv wird und dem nimmt man das dann natürlich auch ab, weil er sich mit der Entwicklung und den technischen Themen 1A auskennt und da natürlich dann auch wieder eine ganz andere Zielgruppe an den ganzen technischen Verantwortlichen in den Unternehmen halt sich orientieren kann. Und dass man halt neben der Company-Page, die natürlich auch wichtig ist für das Advertising und für den eigenen Markenauftritt, also sollte man natürlich nicht vernachlässigen, aber ganz, ganz wichtig, Corporate Influencer aus den verschiedenen Abteilungsbereichen, nicht nur Marketing und Sales und Public Relations, die sowieso in der Öffentlichkeit stehen und eher mehr mit Kommunikation was zu tun haben, sondern dass man halt auch aus anderen Fachabteilungen die Leute reden lässt. Verzahnen, alles verzahnen und möglichst gut koordinieren. Genau, also Social Selling ist halt keine Vertriebsdisziplin in dem Sinne, sondern ist halt wirklich ein kompletter unternehmensübergreifender Ansatz und Prinzipien. Und vieles wird HR-Disziplin oder sagen wir so, die Mitarbeiter sind so viel mehr als bisher noch die Grundlage für das Agieren von Unternehmen in der Informationsgesellschaft. Mir gefällt die Idee ganz hervorragend, dass Marken miteinander kommunizieren. Das hat ein bisschen was von Robotfußball oder Robotgolf. Aber du hast natürlich recht, wir wollen ja auch nicht mit Marken sprechen, sondern mit Menschen. Mehr davon, mehr LinkedIn-Tipps und Strategien gibt es am 13. Februar in Wien. Genau. Haben wir mittlerweile bekannt gegeben bei unserem LinkedIn-Like-a-Boss-Workshop. Marina Zajarz, Thomas Herzberger, Britta und ich werden dort einen Deep Dive mit zehn Teilnehmern gestalten und viel über LinkedIn erzählen. Welchen Teil übernimmst du dort, Britta? Ich werde den Part zum Thema Social Selling übernehmen, weil das ist genau das, womit ich mich halt hier tagtäglich bei PIVIC Pro auseinandersetze und wir uns halt sehr intensiv mit Marketing und Sales halt austauschen, wie man diese Prinzipien halt dann in dem Unternehmen komplett implementiert, wie man seine Mitarbeiter motiviert und wie man halt auch selber, für sich selber halt, wie die Marina fängt halt an mit dem Personal Branding, aber dass ich dann halt ganz klar zeige, welche Tools, welche Möglichkeiten gibt es, um ein qualitativ hochwertiges Netzwerk aufzubauen, das gespickt ist natürlich von potenziellen Kunden. Das ist natürlich das Hauptaugenmerk von den Leuten, die natürlich mehr Leads und mehr Kundenakquise aufbauen wollen über LinkedIn. Das ist ein Aspekt, ganz, ganz wichtig dabei, ist aber auch, sich halt mit Leuten qualitativ zu vernetzen, die einen wiederum empfehlen können, also auch Branchenkollegen, teilweise sogar Konkurrenten, so Co-Opetition ist da auch ein ganz spannendes Thema, was ich anreißen werde und was für Techniken und Tools man halt anwenden kann, um schon doch ein bisschen zu automatisieren. Ich möchte halt jetzt auch nicht irgendwelche Werbung machen für irgendwelche Bots oder Tools, wo man halt dann die Kommunikation quasi auslagert, nur um gesehen zu werden. LinkedIn ist wirklich ein Eins-zu-eins-Kommunikationstool, was ich selber authentisch bedienen muss und ja, ich werde auf jeden Fall ganz klar auch zeigen, diese No-Gos und diese No-Social-Selling-Sachen. Ich habe es ja in den letzten Monaten immer gerne als Sales-Pfosten definiert, die Leute, die wir versuchen halt direkt, ohne dass ein Elfmeter gepfiffen wurde und ich weiß, das Interesse besteht halt, direkt den Elfmeter irgendwie reinzuschießen und einen Sales-Pitch zu machen. Deswegen Sales-Pfosten, weil der geht garantiert am Tor vorbei, dieser Pitch. Und ja, also Social-Selling wird halt viel, viel missverstanden und da möchte ich halt sehr gerne Aufklärungsarbeit leisten und die Leute halt an die Hand nehmen und denen ganz klar zeigen, wie sie eine Strategie auf LinkedIn aufbauen können, die ihr Netzwerk total pushen wird, wie Anfragen regelmäßig reinkommen werden. Und ja, ich freue mich total riesig drauf, vor allem, dass wir es halt in Wien initiieren und wir alle dich besuchen kommen, in deiner Heimat. Und ja, und wenn die Premiere so einschlägt, wie wir es eigentlich prognostizieren und wir haben total Bock drauf, dann werden wir das auch natürlich als Tournee weitermachen. Allerdings im Gegensatz zu anderen Kollegen nicht in den fünfstelligen Halen. Wir halten das eher im kleinen Raum und im Deep Dive und dafür wird es auch sehr intensiv für die Teilnehmer. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, wenn wir noch weiter Werbung dafür machen, weil die Hälfte der Tickets ist bereits weg. Wir freuen uns alle wahnsinnig drauf. Und, liebe Britta, natürlich eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Gibt es irgendetwas, es gibt sicher irgendetwas, dass deine LinkedIn-Kontakte oder zumindest der Großteil deines Netzwerks nicht über dich weiß? Ja, das ist richtig. Das stelle ich auch gar nicht mehr so groß in den Vordergrund. Das kriegt man dann eher auf Facebook oder Instagram mit, wo es halt dann etwas persönlicher, privater zugeht. Ich bin ein ganz großer Borussia Dortmund-Fan. Und zwar seit Kindesbein. Echte Liebe wird bei mir ganz, ganz groß geschrieben. Schwarz-Gelb sind meine Farben. Und ja, nur der BVB, kann ich sagen. Und ich hoffe, dass wir zur Winterrückrunde jetzt mal ordentlich Gas geben und das Potenzial mal ausspielen, was in der Mannschaft steckt. Und ja, mein Herz schlägt für die Borussia. Also für die einzig wahre schwarz-gelbe Borussia. Super cool. Ich habe keine Ahnung, was eine Rückrunde ist. Aber ich nehme an, du sprichst von Fußball. Fußball-Bundesliga. Und ich habe kein Verkehrs-Bundesliga-Bundesliga-Bundesfußball. Alright, eine Welt, die mir mindestens so fremd ist wie Haute Couture und Mode. Aber falls ich mal im Fernseher auftrete, dann höchstens zu K1 oder MMA. Aber Fußball auch. Ja, ich weiß, du spielst sehr gerne Golf. Und in Wien werde ich dich auf jeden Fall auf einen Gin Tonic einladen. Mittlerweile auch sehr gute Wiener Gin-Produzenten. Ah, dann werde ich gerne mal einen lokalen Gin probieren. Ja, musst du auf jeden Fall. Es gibt sehr viele lokale und sehr viele lokale Jeans. Und ja, wir lernen uns am 13. endlich persönlich kennen. Danke, liebe Britta, dass du zu Gast warst. Keep on commenting the good stuff. Genau. Und wir lesen uns gleich bei den Statements von OnPoint. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, Ritschi. Danke dir. Ciao. Ciao. Social Selling, wenn man es richtig macht, dann ist man definitiv kein Sales-Posten. Wenn man es falsch macht, dann kann man damit einen ganz schön schlechten Eindruck bei Leuten hervorrufen. Mehr dazu von Britta gibt es zu erfahren am 13. Februar bei uns in Wien. Da sind wir bei Jutel zu Gast für die LinkedIn Like a Boss Masterclass. Wie bereits angekündigt hier in der Sendung. Die Links dazu natürlich wie immer in den Shownotes. Und damit wissen sie ja bereits, es gibt noch eine Rubrik und zwar die Status Updates der Woche. Da wäre zum einen mal zu erwähnen ein Posting von Dr. Irene Kiloubi von gestern. Das beginnt mit Hört auf damit. Bitte hört auf damit. Und wie ihr seht, schaut Irene auch ausgesprochen streng. Das hat mit dem Thema des Postings zu tun. Sie schreibt ja nämlich vollkommen zu Recht, dass Neid gar nichts bringt und dass man nicht in Konkurrenz begriffen denken sollte, sondern Kooperation nützen und die Möglichkeiten, die gerade auch Social Media dazu bietet, nützen. Ich glaube, das sieht man an Aktionen wie Linked Friday oder On Point sehr, sehr deutlich, dass uns diese Netzwerke allen am meisten bringen, wenn wir sie gemeinsam verwenden. Und wie gesagt, in dieser Gleichung von Personal Branding, Social Selling und Reichweite hat Neid nun mal wirklich nichts verloren. Außer jemand ist an Selbstposten. Dann darf und soll man ihn natürlich schon mal in die Schranken weisen. Unser zweites Status-Update der Woche ist nicht nur ein Status-Update, sondern ein vollständiger, ausgewachsener Podcast. Joachim Rumor hatte Engin Esa, Engine Marketing, bei ihm zu Gast. Und das ist wirklich ein sehr, sehr spannender Podcast, weil hier geht es nicht um die quasi üblichen Einführungsthemen, sondern die beiden gehen sehr tief in das Thema Kontaktaufnahme rein. Anlass dazu sind die Videos, die Engin auf beantwortete Kontaktanfragen verschickt bzw. verschickt hat als Experiment, um das Ganze mal zu testen. Und über diese Erkenntnisse spricht er im Podcast von Joachim. Also eine absolute Hörempfehlung. Überhaupt keine Frage. Marina Sayarz, auch eine der vier üblichen Verdächtigen am 13. Februar, hat einen sehr, sehr lesenswerten Artikel geschrieben zu ihrem Hauptthema Digital Personal Branding mit dem Titel Wann gehen meine LinkedIn-Posts endlich viral? Und diesen Artikel kann ich wirklich nur allerwärmstens empfehlen. Der räumt nämlich mit einem sehr verbreiteten Vorurteil auf. Ich glaube, LinkedIn mag mich nicht. Dabei ist sozusagen, und das ist auch das, was ich in meinen Workshops immer ganz stark hervorhebe, natürlich braucht man gute Inhalte, aber die Inhalte leben nicht von allein. LinkedIn funktioniert, weil man die richtige Zielgruppe und die richtigen Inhalte hat. Und um beides zu identifizieren und aufeinander abstimmen zu können, braucht man eben auch eine klare Positionierung. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass diese Elemente eben alle nicht isoliert existieren, sondern sehr, sehr stark ineinandergreifen. Apropos ineinandergreifen. Petra Sammer, Storytelling-Expertin, hat einen ebenfalls sehr, sehr lesenswerten Artikel geschrieben, also genug Lesestoff für heute Abend oder fürs Wochenende. Und zwar treiben sie es zu bunt über die Erzählkraft von Farbe. Bei zu bunt muss ich natürlich sofort an diese legendären Sportjacken aus Gore-Dex, wir hatten die damals beim Mountainbiken denken, 16,7 Millionen Farben in einer Jacke, aber nichtsdestotrotz Grau und Schwarz-Weiß ist auch nicht immer witzig, sehr schönes, passendes Titelbild. Worum geht es hier? Über die Aussagen von Farben, Farbpsychologie und Farbe als Storytelling-Element. Sehr interessanter Text für alle, die mal über einen Wechsel von Haar, Nagel oder sonstigen Farben nachgedacht haben oder überhaupt generell über den Einsatz von Farben. Da kann man übrigens auch einiges lernen von Mode, Style und Fashion-Bloggern. Die überlegen sich auch oft sehr schlüssige, durchgängige, zumindest die Profis, Farbkonzepte und eigene Farbwelten oder auch spezielle Farbkombinationen sieht man auch bei Fernsehserien wie diesem, wie heißt der Krempel, CSI Miami und so weiter, CSI New York, die sehr, sehr unterschiedliche Farb- und Filtereinstellungen verwenden. Not a fan, not a fan, meine Frau, zwingt mich da ab und zu zu mitschauen. Aber Farbe, definitiv ein Medium, das Botschaften transportieren, unterstützen, aber auch konterkarieren kann. Also, stay colorful. Heute ist Donnerstag, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist also morgen LinkedIn Freitag, mit Sicherheit der 27. LinkedIn Friday 24. Jänner 2020. Ihr wisst, ein bis drei Personen aus dem eigenen Netzwerk markieren, empfehlen, mit Linked Friday taggen und sich dann über die, am besten in den Feed schauen, da gibt es immer ganz, ganz tolle Empfehlungen an den Freitagen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Sendung angelangt. Ich danke fürs Zusehen und für das Dabeisein. Danke, Britta, fürs Interview. Ich wünsche euch einen wunderbaren Donnerstagabend. Wir sehen uns morgen oder besser gesagt, wir lesen uns morgen beim Linked Friday und wir sehen uns nächste Woche am Donnerstag um 16 Uhr zur gewohnten Zeit. Dann ist das der Viertelhunderter voll. bereits die 25. LinkedIn Show. Ein kleines Jubiläum. Na, lassen wir uns mal überraschen, wer da wohl zu Gast sein wird. Möglicherweise handelt es sich um den Mann, der einen Podcast über seine Kontaktvideos aufgenommen hat. Nächste Woche in der Jubiläumsausgabe der LinkedIn Show hier zu Gast. Engin Esa. bleib uns treu, diskutiere mit und Fragen jederzeit, private Nachricht, demnächst auch ein Kontaktformular, Kommentare zur Show, Interactivity Rules. Schönen Abend, danke fürs Dabeisein. Richie Out. Gl consumed. Gl мн You have to die